Herzlich willkommen in diesem kurzen Info-Video und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. In diesem Video erkläre ich, was war im früheren Leben. Was ist Karma überhaupt? Was passiert nach dem Tod? Was ist der Sinn des Lebens? Was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, dieses Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Aufnahmen. Dieses Video ist gratis und führt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.